Ja, ich habe eine SSR-Refuna gefangen. Ich habe eine Kawasaki, ich habe eine SSR-Refuna gefangen, mit 150 PS. Ganz so flott macht es richtig Spaß, auf den Straßen und so. Ich habe eine Idee, wenn ich eine Idee habe. Ich habe eine Idee, wenn ich eine SSR-Refuna gefangen habe. Dann habe ich auf der linken Seite gebaut. Aber da könntet ihr mir ein paar Tipps geben, was ich bauen könnte. Ja, ansonsten schreibt mir die Kommentare. Also ich würde mich freuen, wenn ihr eine Idee habt. Wenn ihr einem Hersteller weiß, dass er es machen in Deutschland, dann schreibt mir mal die Kommentare. Und ansonsten noch eine schöne Winterszeit. Noch eine schöne Winterszeit. Und ich weiß. Und ich würde auch auf dem Motorrad sehen. Tschüss. Guck mal, bitte. Bis zum nächsten Mal.